Das komische Chicago-Diebdisch-Pizza-Rezept-Video hat einfach 1,6 Millionen Likes. Ich hab noch nie eine gesnackt in meinem Leben und ich muss jetzt einfach... Boah! Guck doch mal! Ich muss einfach wissen, ob das geil ist. Henssler ist schneller, guck mal. Pizzateig entstecken. Warum ist der so räudig? Was soll die Scheiße? Hä? Pink-Size-Kronkorken. Kinder, der Mann mit dem Teigboden ist da. Entscheidend geschnittener Mozzarella-Feuerfuchs. Scharfe Chorizo-Würfeln. Wow! Ich nehm dich mit in den Verteiler. Glaub das was wirst. Stefano Pozzarela. Facedown-Topping mit Lieblingspizza. Das Romantische ist, hier kann natürlich jeder seinen persönlichen Favorit nutzen. Welche ist deine Lieblingspizza? Schreib's mir in die Kommentare. Würde ich sagen, wenn's mir nicht komplett am Arsch vorbeigehen würde. Emotional Damage. Scharponnier mich. Tomaten passiert den Besten. Jo, ich bin high und ich backe Brot. Und fertig ist unser veganes Wunder. Finish beziehungsweise Italienisch mit Same-Pan-Finishen. Oh, Bruder! Schon ein bisschen erregt. Bitte kommen Sie. Leute mit Laktoseintoleranz hassen diesen Trick. Ja. Ja. Falls du dich übrigens fragst, warum meine Augen so rot sind. Ich war vorhin beim Kumpel im Pool. Ich machte immer so viel Chlor da rein, Alter. Die necesita. Dasseluer. Ich bin.